Trina Niko Kovac ist eine lebenslange Mitgliedschaft beim Stammverein des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt eingegangen. Der 46-Jährige bekam vom Präsidenten Peter Fischer am Sonntag während der Mitgliederversammlung symbolisch einen Eintrachtsschal überreicht. Die rund 1.000 anwesenden Mitglieder spendeten euphorisch Applaus.Ich habe mich dafür entschieden, weil es meine erste Trainerstation in der Bundesliga ist. Das ist eine ganz besondere Ehre für mich, sagte Kovac. Mit dieser lebenslangen Mitgliedschaft möchte ich meine Zugehörigkeit zu Eintracht Frankfurt demonstrieren. .